Robert Kovarik Ipsation als Therapie der Anorgasmie Kapitel 11 2 Die notwendigen Bedingungen Es gibt zwar Menschen, die ihre Sexualität gerne in stressigen Menschen überfüllten Verkehrsmitteln, oder an öffentlichen Plätzen, respektive während der sonstigen gefährlichen Situationen, wie während der Autofahrt, während des Fluges und so weiter auszuleben pflegen. Das sind allerdings Menschen mit einem sehr starken sexuellen Trieb, die überhaupt keine sexuellen Störungen haben. Diese Menschen brauchen mein Buch nicht zu lesen. Alle anderen, bei denen es ab und zu nicht so gut mit ihrer Wunschvorstellung über ihre sexuelle Fähigkeit klappt, sollten sich den folgenden Satz dauerhaft einprägen. Die Sexualität ist eine Luxusfunktion des Organismus. Als solche funktioniert sie optimal nur bei ungestörter Ruhe, und in völliger Intimität während der psychischen und körperlichen Entspannung, ohne jedes Angstgefühl. Die sexuelle Erregung beginnt immer mit typischen, parasympathikotonen, neurovegetativen Reaktionen. Zuerst erfolgt die bekannte Rötung des Gesichts und der Sexualhaut des äußeren Genitale, mit dem Anschwellen der kabernösen Körper, wie Penis, Klitoris, Strukturen der kleinen Schamlippen und der Brüste, sowie der inneren Organe, konkret die Gebärmutter oder Prostata. Dies ist durch die Vasodilatation, sprich Blutgefäßerweiterung bedingt. Die sofortige Befeuchtung der Scheidenhaut ist ebenfalls eine vasodilatatorische, und keine sekretorische Funktion. Der besondere Glanz in den Augen, die Absonderung der Gleitfeuchtigkeit aus der Uritra, sprich Harnröhre, und der bartholinischen Drüsen im Scheideneingang, werden dagegen durch sekretorische Drüsen verursacht. Das Schwitzen kommt erst später dazu. Es ist thermoregulatorisch bedingt und dient der Kühlung des Organismus. Im Laufe der sexuellen Friktionsbewegungen und während des angespannten Muskeltonius, wie Krämpfe im Gesicht, der Hände, und den Füßen, wird nämlich sehr viel Muskelwärme produziert. Diese Mehrwärme muss hinausgeleitet werden, damit die innere Temperatur im homöothermregulierten Körperkern um die 37 Grad Celsius nahezu konstant bleibt. Die anfälligste Phase der Sexualität ist also ihr Beginn. Wenn hier die Parasympathikotone Anfangsbedingungen nicht stimmen, leiden auch die nachfolgenden Phasen des sexuellen Reflexes. Stress verursacht eine Arbeitsleistung des Organismus. Jede Abweichung von der Norm, jede Arbeitsanstrengung, jede Störung der Ruhe verursacht eine Abwehr, oder zumindest eine Orientierungsreaktion, die immer sympathikoton, und in der Regel immer sexuell hermend ist. Hier ist es möglich den natürlichen Biorhythmus zu Hilfe zu nehmen. Der Beginn der sexuellen Übungen soll am besten in die späteren Nachmittagsstunden oder am Abend verlegt werden. In diesen Stunden vermindert sich die Sympathikotone Grundeinstellung und die Parasympathikotone Lage steigt spontan an. Hier reicht es aus, ungestört zu sein und für ausreichende Ruhe und Intimität zu sorgen. Eine schöne Umgebung potenziert die angestrebte Wirkung. Die Ästhetik des Raumes hebt die Bedeutung, die Ernsthaftigkeit und die Legalität jeder Übung sehr stark an. Ein prägendes ästhetisches Erlebnis bleibt unvergesslich, oft ein Leben lang. Bei jeder Erinnerung wird die mehrmere Spur auf die, dort absolvierte regulative Therapie vertieft, und so wird die erlernte Wirkung verlängert. Eine wunderschöne Luxusumgebung, mit die Seele ansprechenden Kunstwerken, hebt das Selbstbewusstsein automatisch an. Dies hilft dem sexuellen Enttabuisieren, der notwendigen Selbstverständlichkeit, mit der dann mit dem Sexualpartner offen, und nicht mehr verklemmt und peinlich kommuniziert wird. Dagegen wirkt ein verschlagener, unästhetischer, und mit banalen Sachen überladener Ort immer peinlich. Er suggeriert eine Illegalität der Situation und fixiert die verschämte Sexualhemmung unnötig. Die sich bietende, oft überraschend neue, begeisterungsfähige Ästhetik eines typischen Kurortes ist also der weitere Grund dafür, mit der Sexotherapie gleich dort anzufangen, und sie nicht in die banale Umgebung des gewöhnt langweiligen Wohnortes zu delegieren. Sedativa und andere Psychopharmaka sind hier strengstens verboten. Sie würden die Nawalenreize und Reaktionen blockieren, während gerade diese aktiviert und trainiert werden sollen.